Hallo Leute und willkommen zu SkyCloud. Willkommen zurück zu SkyCloud. Ja, weiter geht's in SkyCloud. Ja, SkyCloud. Dabei haben wir den Yama, den Kalle, den Gamerbistowall. Ach ja, die auch noch. Und den Gronkh, der jetzt auch dabei. Hallo, ich hab mal bei dir. Ah, schön wär's. Peter, jetzt kommst du, bevor du mich wieder verlierst. Wo bist du, gell? Na rechts, den Hügel runter. Ich wollte ziehen, jetzt kommt's gleich. Nee, nee, nee. Wichtig, du machst ihn. Ja, warte, warte, er will was sagen. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ja, nee, ist klar, okay. Ja, das ist ein Soundboard-Ding von mir. Meine Zuschauer wissen, was ich damit meine. Das ist... Uwe? Ja, das mach ich beim Soundboard, wenn ich streame. Dann sag ich so, Leute, ihr seid dabei, ich bin dabei. Ein bisschen, weil auch dabei ist der Uwe. Und dann sagt, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Und dann kommt so ein Remix-Sound, Alter. Das ist richtig cool. Aha. Ja, wie bist du eigentlich? Man könnte meinen, du bist ein Twitch-Streamer. Alter, Axel. Alter, Alter, Alter. Was ist da? Oh, ein Vogel. Tö, 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 tö. Ja, Mann, könntest du... Tö, 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 tö. Danke. Okay. Ja, dann kommt ja. Okay. Luuuuuuuuto, ruck mal mich zu erreichen. Da war das gerade. Hm? Was ist das Schaf? Da ist is ein Schaf. Ah, ha, ha, ha. Määääääääää. Dann ist es wer, der es töten würde. Määääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää. Ja, dass ihr da Bescheid wisst, was wir hier treiben. Wir suchen nach Möglichkeiten für mehr Nahrung, dass wir hier... Metos, das tun wir seit drei Folgen, die werden das langsam gerafft haben. Was macht ihr Nahrung suchen? Da unten ist ein anderes Tierchen, ich hoffe, dass... Darf ich auch Zanid mitbringen, wenn ich das finde? Aastrieb! Was ist denn Aastrieb, Leute? Was? Töte es und versuch es zu essen. Dein Aastrieb? Äh, weiß ich nicht. Naja, ein Aas ist ein totes Tier. Oh, da geht es ja tatsächlich abwärts. Ein Trieb ist ja aus der Natur, also sowas wie ein Setzling. Also, da würde ich sagen, ein abgestorbener Trieb, sozusagen. Du hast bescheuert gesagt. Also, darf er das? Also, Aufnahme ist gestorben, ich hab keinen Bock mehr. Metos, mein Bunkereingang hier vorne. Darf ich da drunter rein? Oder wart ihr schon drunter rein? Puh, ich seh die Brücke wieder, Metos. Wir müssen wieder in die andere Richtung. Bei eurem Haus. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich, ich komm gleich wieder zu dir. Ich hab hier oben mal etwas Zanid geformt. Ah. Ich brauch noch etwas für meinen Helden. Ähm, ist ja doch gar nicht aufgefallen, dass hier was daneben ist. Hä? Ja, hier, hier, hier. Metos war die ganzen Folgen nicht zu Hause. Die sind außerhalb. Wo soll denn der das bitte wissen? Außer man sitzt ja in seinem Haus. Das ist ein Stubenhocker. Sag einfach ja, sag einfach ja, Metos. Nein, sag nein, das ist nicht gut. Sag einfach ja. Der will nur unter euren Häusern alles weglooten. Nein. Abgelegt. So kann er doch machen. Hauptsache, der hat für uns hinterher auch eine Rüstung übrig. Ich hab doch eine Rüstung. Okay. Aber ich nicht. Ja, aber du darfst Metos seine Hälfte unterm Haus weglocken. Ich hab das Haus bei euch gar nicht gemacht. Du darfst Metos seine Hälfte wegmachen. Aber nicht meine. Ja, man hat eine vollständige Rüstung. Den kratzt das nicht. Na doch. Ich hab ja schließlich noch nicht alle Werkzeuge. Ach, wisst ihr was ich habe? Ich hab schon Gravity, ne? Ich hab eine Gravity-Spitzhacke. Gravitide heißt sie, glaube ich. Ich hab auch schon Gravitide Erz gefunden. Und das andere Erz. Der nennt sich das, was so Lucky Blocks mäßig ist. Ja, aber wo bist du? Ja, ich hab mich nicht von der Stelle bewegt. Du rennst nur mal durch die Gegend. Davi, weißt du, wie das heißt? Das Erz? Das ist so Lucky Blocks mäßig. Das packst du rechtlich auf den Boden und kriegst dafür irgendwas anderes. Ähm. Okay. Keinen Plan. Metos, du es. Ja, man lasst uns mal den Berg da rauf. Da kommen wir her, aber okay. Ja, Metos, was wir da schon waren, aber egal. Wir gucken trotzdem mal. Metos, habt ihr schon eine Sabonid-Rüstung? Ich hab eine. Nein, ich nicht. Also ich hab auch eine. Du hast, Metos hat Schuhe. Plus Spitzhacke, plus Axt. Ich hab sogar eine Gravity-Spitzhacke, damit kann ich halt noch mehr machen. Voll gut. Ja, will ich auch machen. Das kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Aber wo waren wir schon da drüben? Achso, aber ich wurde jetzt gerade hier noch aufrufen. Die muss man jetzt runter haben, weil leider auch da mal gucken. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig runter. Ich baue mal das Lager weiter aus, ne, Dennis? Weil wir müssen ja alles gucken. So viel zu dem Thema. Alles lagern. Ja, mach das mal. So können wir mal gucken. Oh, hier ist noch Zanit. Irgendwie weiße Moore-Eier. Was bringen die denn? Nee, aber ich brauche auf jeden Fall eventuell das Zeug, womit kann ich die weiter pflanzen? Ja, ich kann die Kloch frei runter. Keine Ahnung. Für die bewegenden Dingern, die draußen sind jetzt ziemlich viele wieder da. Metos, das unten ist ein Weißes. Das müsste weiße Eier legen. Ja, genau. Wie viele muss ich dafür eingeben? Ja, aber wenn es Eier liegt, liegt so nah. So, was war das jetzt, Leute? Also für die Weiße hat es drei gebraucht. Und für ein Schwarzes? Keine Ahnung. Es stand auch in Wiki, dass es für die Weiße vier braucht. Also glaube ich da jetzt mal nicht. Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich habe ein Schwarzes. Ich werde den jetzt hinsetzen und ausbrücken. Also es stand für die Schwarze in Wiki, ja. Also in den Braukasten, in den Braukasten kann ich dann, in den Brutkasten kann ich dann auch für Neues wieder benutzen, ja? Ah ja. Und das kann ich wieder abbauen, ja? Gut, dann kann ich mich für Dennis dann später auch noch eins machen, weil ich habe nämlich zwei Schwarze. Okay. Ja. Dennis, dann kriege ich so, hier, das sehen Sie in meiner Folge, in meiner Aufnahme, in meiner kleinen Trümer. Oh, da ist noch die ganze Insel. Big Black, ja, genau. Ja, hier sind überall Inseln. Und die Dinger liegen ja, nachdem sie geschlüpft sind, auch wieder Eier. Oh, guck mal! Das ist super. Was denn, was denn, was denn, was denn? Hier, Wolkenkaninchen. Okay, ähm. Wolkenkaninchen. Man kann leider nicht unendlich damit leben. Warte, warte mal, warte mal. Ich will mal was wissen. Das ist schade. Guck mal, ja, man, guck mal ich mal an. Wie, wie hast du das gemacht? Rechtsklick. Vorsicht, da ist so ein Viech, was mit Pfeilen tut. Ja, ja. Das ist ja nichts. Das soll mal hier hochkommen. So, jetzt haben wir ein Tor. Können wir so mit zum Beispiel. Ja, aber wo bist denn du? Ich hab nie, ich hab mich gleich nicht gegen auf den Kopf. Weiß ich nicht. Wo, wo bist du? Da. Und natürlich muss ich Fackeln rummachen, was hell ist, ne? Ja, jetzt ist es dunkel. Warte mal, ich nehme mal Fackeln. Sie hätten vielleicht ein Bett mitnehmen sollen. Was meinst du denn da? Ja, wäre eine gute Sache, wissen Sie. Das ist ja wie ein Ofen. Wo packe ich das Ei rein, oben oder unten? So, oben. Was ist denn eigentlich, Ice Stone? Vorsicht, da hinten ist noch eins. Und unten packe ich das Blatt rein, oder was? Nein, da packst du Fackeln rein. Ist Fackeln. Hallo, was ist ein Ice Stone? Das kannst du mit verschiedenen Gerüstungen, glaube ich, zusammen craften, bekommst dann wieder andere Gerüstungen. Ja, hab nicht. Ich hab übrigens kein Schwert, ich hab nur eine Rüstung. Ach ja, ich hatte immer 20 Stück Finkalle verloren. Wir können uns ja kombinieren, da haben wir noch nichts. Wenn du mich runtergeschmissen hast, hatte ich 20 Stück Ice Stone. Wir sollten mal zu sehen, dass wir hier wegkommen. Was machen wir noch mit dem Eis noch mal? Wieso, hier ist doch schön. Ja, du bist ja 20 Jahre mal verloren, weil nämlich das du vorgebracht hast. Gibt's auch noch Eis? Ja stimmt, David, was machen wir noch mit dem Eis? Wieso lässt du die Bären eigentlich hier mal liegen? Lass dich doch gar nicht. Es gab irgendeine Rüstung, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen, die habe bei Nadeln auf Kälte, die wir damit verdrachten können. Warte mal, fühlt sich das nur so an, oder? Mithers, guck mal. Hast du das mal ausprobiert? Was? Guck mal. Äh, okay. Ach was. Ach wie geil. Oh, wie cool. Und süß, ja. Was ist denn? Dann kriegt man keinen Fall, der Mensch mehr. Ne, vor allem man kann ewig weit gleiten. Oh, mein Mann. Mit dem Kaninchen? Ja. Lalalalalala, die sind lediglich. Ähm, Dennis, hast du Holz dabei? Äh, ja, was brauchst du denn? Ich bräuchte eine normale Steinspitzhacke, weil meine gibt bei den Geist auf. Hier gibt es weiße Äpfel. Ja, diese weißen Äpfel, äh, da kriegst du das. Warte mal, die Früchtelau. Ah, die Kaninchen ja so viel. Sanit-Anhänger gibt es. Ja, das ist für besonders schwere Traktoren. Gibt so diese weißen Äpfel. Okay. Ja, Mann, wo bist du denn? Hier oben, bei dem Busch. Warte, 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 ich glaub in deine Richtung. Kommst du? Ich danke dir. Der Busch ist jetzt weg, Meter. Du kannst jetzt also kommen, also. Oh, hier ist noch ein Busch. Dann strip meine ich hier noch ein bisschen. Vielleicht finde ich hier noch was. Again, Busch. Wie viel hast du jetzt, Sanit? Ich, äh, 13. Oh, hier getastet. Wo rangehen? Hä? Hast du mir das Game gegeben, was du gefunden hast? Ja. Hätest du behalten können, war dein, war dein Gang. Da oben sind noch mehr Bücher. Damit wir alle eine Wüstung haben. Und hier gibt es so komische Pflanzen. Carrion Sprout. Okay. Was sind das? Wo die weh? Ja, ich bin, äh, jetzt. Jetzt, darfst du hier? Ich bin, äh, schon, wenn ich gerade so ruhig war, Leute. Alter, ich war, ich muss gerade mal überlegen, wie das hier funktioniert. Ey, was kommt das? Ja. Windberry. Da ist auch meine Zuschauer gerichtet. Hier ist doch keine Action, Alter. Egal, was ich aufnehme, ich bin dauerhaft unter der Erde und buddel hier, wie so Minenarbeiter aus Sibirien. Guck mal, Metas. Als irgendwas aufzunehmen. Du bist ja auch ein bisschen in die Arbeiter aus Sibirien. Dennis, sei doch froh, dass du jetzt bisher noch nicht gestorben bist. Also, ja, ich bin doch weit weg 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 von Kalle. Das ist dein Ding. Ja, genau. Ich bin es wieder. Ja, was war denn? Was war denn im Stream? Hä? Kaum in der Nähe, buff tot, fall ich runter. Ja, ja, genau. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Ja, war es doch so. Ja. Also, ich, 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 ich sterbe nicht, wenn ich runterfalle. Nee, du bist doch nicht ober. Ja, man hat immer das Glück, im Wasser zu landen. Ja. Das bringt die Meisterin. Also, jetzt habe ich ein Kaninchen auf dem Kopf. Selbst wenn ich sonst wo lande, werde ich nicht sterben. Ich weiß, das Kaninchen hilft dir oder bringt der was. Naja, also auf jeden Fall werde ich nicht sterben. Ja, will ich auch. Ich brauche, ich brauche so einen Ganzkörperkaninchenanzug. Du brauchst nur einen Kaninchen auf dem Kopf. Ja, wenn du ein Kaninchen siehst, mach mal rechtsklick drauf. Da hast du es auf dem Kopf. Ah, oike, 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 oike. Jetzt muss ich überall anziehen. Und hinter dir ist noch so ein Viech. Was denkst du, warum ich ein Kaninchen bei uns im Altarraum habe? 50 Kaninchen. War ich da extra eingesperrt. Dass der Altarraum nicht kaputt geht? Nee, das habe ich mir extra eingesperrt, weil das meins ist. Wenn ich es brauche, fahre ich mir noch einen Kopf. Das wollte ich ja. Ja, so siehst du aus. Oh, ich gehe mal kurz raus. Das ist ein Kaninchen. Welchen Hut nehme ich nur heute auch brauche Kaninchen? Können die eigentlich verhungern, Daphir, die Viecher? Ja, hoffentlich. Die Moors? Ja, wenn ich den noch nicht rechtzeitig fütter habe. Ich weiß es nicht. Können die Kaninchen verhungern? Also, ich habe gelesen, dass es teilweise, wenn es nicht ausgestellt ist, die dann nicht sehenbar sind, wenn man die nicht rechtzeitig füttert. Okay, weil ich habe jetzt nur noch sechs Stück. Ich habe sechs Stück jetzt. Ich habe denen jetzt schon zwei gegeben. Sechs Kaninchen. Mein Kaninchen ist weg. Hast du Rechtsklick gemacht oder sowas? Sechs Kaninchen, ja. Stimmt. Wie setze ich das Kaninchen wieder ab? Stopp mit Rechtsklick, oder? Slash absetzen. Genau. Nimm es doch. Digga, ich mach Rechtsklick drauf. Das nimmt es nicht. Ah, wenn du über dich guckst und dann... Ah, der Pfeil hat es getroffen. Keine Ahnung wieso, aber es ging dann nach. Jetzt ist es falsch. Nein, ist es nicht. Ist noch heile. So. Wenn du nach oben guckst und Rechtsklick machst, dann legt es ab. Halleluja. Jetzt ist es groß. Ah, hier ist noch so ein Viech mit Pfeilen. Kann ich das ohne Sattel reißen? Ah, hier ist noch zwei Viech mit Pfeilen. Also, mit Futterlocken geht nicht. Ich hab denen gerade eine Bärin geschnitten. Bitte, ist mein Kaninchen stirbt. Woran merke ich, dass das ausgewachsen ist? Ich hab das Viech gerade da futsch gemacht. Ein Lebensgroßes. Es gibt da kein Größer oder sowas, sondern es gibt nur Baby-Großes. Oh, es hat nur noch einen Lebenspunkt. Ja. Von der, das Ding sieht hässlich aus. Das ist hart. Naja. Die Schwarze sieht echt kacke aus. Beschützt du mich jetzt? Können ja tauschen. Ich versuch's. Wie kann man denn die Viecher heilen? Ich müsste eigentlich mal in diese Richtung jammer, dass man wieder nach Hause kommt. Okay, da kommen wir in diese Richtung. Kommst du? Ist das ein normaler Sattel? Ich hab keinen Hasen mehr. Also, ich werd nicht so schnell hinterher kommen. Du schaffst das. Ja, ist ein normaler Sattel. Ich glaub, vier Leder und einen Sprengfaden. Woher geht? So. Mit vier Leder und einen Sprengfaden. Ich glaub, es ist fünf Leder. Alles lebensgefährlich. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Lalalalalala. Lalalalalala. Wie heilt man denn sein Kaninchen? Kann ich auch noch Leder haben. Kannst du es ja mal hoch sehen. Wie man kann nicht sagen, kann ich dir sagen. Keine Ahnung. Hat nicht gerade einer in Wiki geguckt? Bin auf jeden Fall unten. Und denn? Weil ich würde... Ah, und Metos, wenn du in ein... Und wenn du in ein Zweiblöcke hohes Ding gehst, dann verschwindet es auch, weil du quetscht es ja dann. Äh, bin ich ja nicht. Nö. Bin ich ja. Ja, da muss man bei den Moor 6 aufpassen. Ja, und wenn ich... Wenn ich ihn treffen, dann krieg ich doch das Arme. Kann ich nicht schauen. Ich finde kein Dings mehr. Was machst du denn auch? Ich hab jetzt wieder 12 Termit. Ja, komm da wieder heilig. Ich puddle falsch, keine Ahnung. Ich muss dauerhaft aufpassen, dass er keine Hilfe auftaucht. Ja, man hat ja die Axt, da geht das ein bisschen schneller. Was hast du kann eigentlich? Was denn? Was hast du eigentlich? Ach, wenn du Schiff drückst, dann haut es dich auch mit Kaninchen schnell runter. Aber ich werde... Alles nicht gut. Den nächsten Moor werde ich mal oben setzen, weil... Und unten unter der Erde bringt er uns nicht viel. Das kann natürlich gut sein. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob wir mit dem Moor nach oben kommen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Vieh. Äh, theoretisch. Wird wohl fliegen. Ich sollte denn schwarze Achtstrünge, also Air-Dashes haben. Der weiße hat jetzt vier. Ja, guck mal, wo ich unter der Erde bin. Wie weit? Ach so, ich dachte, du kannst die Eier essen. Nee. Hilf mir, mir, das ist mein Gangelchen. Warte, 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 warte. Du hast gesehen, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob ich das nach oben schaffe. Eine weniger. Hilf mir, noch einer. Ja, ich bin hier auf dem Weg. Ja, ich bin hier auf dem Weg. Nee, ich rede nicht von dem Kaninchen. Ich bin hier auf dem Weg. Das geht raus. Raus und hoch. Jetzt den Kaninchen noch gut. Ja. Wir müssen in die Richtung weiter. In der Luft hoch. Aber trotzdem, wie hoch ist dein Treppenhaus? Hoch und ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, dann nimm den noch mit. Mach ich so. Drei Blöcke, vier Blöcke. Ich brauche nur einen Beschützer. Allein schon für unsere Kaninchen. Ja, hoch gehen kann ich mit den vier. Das ist das Kaninchen. Kein Thema. Ja, hatte ich vor. Da kann man das immer mitnehmen. Und wenn man rauskriegt, dann wie man das heilt. Hast du jetzt was gefunden, Dennis? Ja. Was denn? Ah, guck mal, hier ist Daffi und so. Passt. Ja, aber wir müssen doch hier nach oben hin. Ich geh doch nach oben. Ich werde das irgendwann mal, werde ich mal gucken, was ich dann nach oben verbrachte. Also ich werde oben also mal einen kleinen Stein bauen. Es gibt einen Weg? Und ich hüpfe mir hier einen Weg. Ja. Bisschen Jump'n'Run. Ich hüpfe auch. Ich wollte es sagen, das hat noch niemanden geschadet, so ein Jump'n'Run. Mir auch nicht. So, dann machen wir hier die Büsche noch weit. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal zwei erreicht. Also, was denn? Ich hüpfe mir gerade. Das würden wir dazwischen auch können. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Darf ich ganz kurz, ich wollte mich gerade sagen, nächste Folge, das ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich höre nämlich jetzt auf, aufzunehmen. Das war es auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedergeschauen. Tschüss. Ja, auch bei mir ist Ende jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. So, ich setze die Sachen kurz. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017